Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um einen Gegensatz in unserer eigenen europäischen Denktradition. Etwas, was man nennen könnte gesellschaftlicher Atomismus einerseits oder gesellschaftlicher Aristotelismus andererseits. Darin sind zwei Dinge problematisch an diesem Begriffspaar oder dieser Entgegensetzung. Einmal geht es eigentlich nicht um die Gesellschaft, sondern um das Denken der Gesellschaft. Also weniger um atomistische Gesellschaft, sondern atomistische Soziologie. Also wird Gesellschaft atomistisch gedacht oder wird Gesellschaft aristotelisch gedacht? Also es geht nicht darum, wie ist die Gesellschaft, sondern wie begreifen wir Gesellschaft? Das ist hier das Thema. Und das Zweite ist, vielleicht ist auch das auf der anderen Seite Aristotelismus zu nennen nicht ganz griffig oder richtig. Es ist halt die Tradition, die versucht hat, dem naheliegenden Atomismus überhaupt was entgegenzusetzen. Also das sind eben Leute wie Aristoteles oder Hegel und teilweise auch Niklas Luhmann. Das sind Leute, die versucht haben, Gesellschaft anders zu denken als folgendermaßen. Wir alle Einzelnen tun irgendwas und dann aggregiert sich das zu einem Gesamtergebnis und das ist die Gesellschaft. Also sozusagen einem Denken, das vor allem betont, dass Gesellschaft aus Einzelhandlungen besteht, die sich eben im Resultat als pure Summe sowas ergeben wie die Gesellschaft. Also man könnte sich vorstellen, ein Bild von lauter Teilchen, die aufeinander einwirken und dann kriegt man ein Gesamtresultat. Und das ist natürlich nicht falsch und es ist schwer vor der Hand zu weisen, so passieren die Dinge. Zum Beispiel in diesem Moment, wo ich hier sitze, machen knapp acht Milliarden andere Menschen irgendwas, irgendwas tun die. Und sei es schlafen, dösen oder sonst irgendwas oder in der Sonne sitzen, am Strand sitzen, aber irgendwas tun sie. Und das passiert eben gleichzeitig und im Resultat passieren bestimmte Dinge. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, auf allen möglichen Teilen der Welt wird irgendwelches schwarze Zeug aus der Erde geholt und in die Luft gepustet und Resultat, naja, CO2-Anstieg und katastrophale klimatische Entwicklungen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber interessanter ist eigentlich ein anderer Zugang, den ich eben hier mangels eines besseren Begriffs den aristotelischen Zugang nenne. Und um ein Bild zu finden, ich tue mich echt schwer, das ist wahrscheinlich das große Problem dieses anderen Zugangs, ein Bild zu finden, nehme ich eine ganz merkwürdige Metapher, nämlich die Metapher der Party. Eine Party, was ist eine Party? Der Witz ist ja, alle Menschen, die an einer Party teilnehmen, sind so wie sie sind, immer, aber wenn sie auf einer Party zusammenkommen, verändern sie sich alle. Es ist sozusagen der Rahmen der Party, die Party als in sich selbst bestehendes, ja, Entität oder in sich selbst bestehende Entität, als in sich selbst bestehendes Etwas, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, das natürlich davon lebt, dass Menschen anwesend sind. Ich meine, wenn kein Mensch auf eine Party kommt, dann besteht die Party nicht, ja, three is a party, sagen manche. Also es lebt natürlich von der Teilnahme oder Teilgabe, also vom Beitrag der Einzelnen, aber trotzdem ist es sozusagen ein Rahmen, der auch so gedacht werden kann, dass er für sich selbst besteht und eher die Menschen verändert, als dass die Menschen die Party machen. Also die Party macht die Menschen mehr, als die Menschen die Party machen und das ist stark kontraintuitiv, ist aber eben eher der aristotelische oder hegelianische Ansatz, Gesellschaft zu denken und er gibt uns eine sehr gute Sache in die Hand, die uns der Atomismus nicht in die Hand gibt. Also wenn wir nur immer fokussieren, das Einzelhandeln. Wenn wir gesellschaftliche Probleme immer atomistisch denken, dann ist es immer so, wir appellieren an die Einzelnen, wir wollen auf die Einzelnen einwirken, wir wollen auch auf uns selber einwirken. Das heißt, wir wollen unsere Lebensführung verändern, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Das ist naheliegend, aber das aristotelische Denken legt sehr viel mehr nahe, dass man die Rahmenbedingungen ändern muss, also dass man das Setting verändern muss. Und das können wir eben glücklicherweise, wir Menschen, wir können es vermittelt über Politik, das heißt über sowas wie Gesetzesänderungen, die sich letztlich begreifen lassen als Veränderungen der Rahmenbedingungen. Das heißt, es ist möglich eine Party zu stiften, auf der sich alle plötzlich anders verhalten, als sie sich vorher verhalten haben, obwohl es immer noch die gleichen Menschen sind, weil, naja, da ist eine Party. Ja, die Party verändert uns und plötzlich tun Menschen Dinge, die sie vorher nie getan haben, auf einer Party. Also dieses Denken, dass sozusagen das Gesamte dem Einzelnen vorausgeht, obwohl das Gesamte ganz offensichtlich aus den Einzelnen besteht, also das Denken von dem Ganzen her oder vom Zusammenhang her und nicht von den Einzelteilen her, eben in dem berühmten Satz auch zusammengefasst, Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, das ist so die Kernessenz eines aristotelischen Denkens der Gesellschaft, eben einer eher aristotelischen Soziologie. Und sie scheint mir sehr viel bessere Ansätze zu bieten, dafür gesellschaftliche Probleme zu lösen, als eben die hilflosen Appelle, mit denen wir sonst so unterwegs sind. Ja, Appelle an die Eigenverantwortung, versuche das eigene Leben zu ändern und damit die Welt zu retten, weil ja jeder beitragen kann, ja, kann man alles machen, aber so entsteht nie eine Party. Das ist so, als würde man sagen, ich will eine Party haben, aber jeder feiert für sich alleine zu Hause und versucht sich in eine gute Stimmung zu bringen. So funktioniert halt eine Party nicht und so funktioniert auch gesellschaftlicher Wandel nicht. Um gesellschaftlichen Wandel zustande zu bringen, muss die Gesellschaft zusammenkommen und dann ist immer entscheidend, in welchem Rahmen kommt die Gesellschaft zusammen. Wie sind denn die Rahmenbedingungen, die wir uns selber stellen, in diesem Zusammenkommen? Und diese Rahmenbedingungen machen den maximalen Unterschied, der überhaupt möglich ist. Also den größtmöglichen gesellschaftlichen Unterschied machen die Rahmenbedingungen des Zusammenkommens. Das heißt, es geht nicht darum, ob wir Politik machen oder wie wir Gesellschaft machen, sondern es geht, welche Rahmenbedingungen stellen wir uns selber, während wir es tun. Also das geht dann eben um die Verfahren in der Politik, ja. Wie machen wir denn Politik zusammen? In welchen Rahmen? Machen wir das wirklich öffentlich im Internet? Machen wir das auf TV-Show-Diskussionen? Ja, machen wir das nur in der Form von Wahlen? Oder gibt es andere Formen, bessere Rahmenbedingungen, die wir uns stellen können, in denen wir sehr viel besser Politik miteinander machen können, in denen wir sehr viel besser rahmen können, wie wir dann die Rahmungen der Gesellschaft gestalten. Weil letztlich ist Politik letztlich ein aktives Gestalten der Rahmenbedingungen, denen wir dann im Alltag, im Privatleben ausgesetzt sind. In der Politik machen wir die Gesetze, in der Politik machen wir die Rahmenbedingungen, die wir dann sozusagen in unserem privaten Alltag nur noch erleiden oder eben genießen, wenn sie gut gemacht sind. Und der Rahmen, unter dem wir aber diese Rahmenbedingungen machen, das ist eigentlich das, was Verfassungen regeln. Also sozusagen Verfassungen liegen nochmal eine Ebene drüber. In der Art unserer Verfassung regeln wir, wie gut die Rahmenbedingungen sind, dafür miteinander Politik zu machen, während wir in der Politik die Rahmenbedingungen machen für unseren privaten Alltag. Das ist also sozusagen ein zweistufiges Verfahren. Und deswegen ist die Form unserer Verfassung das alles Entscheidende. Also sozusagen es gibt nichts Entscheidenderes oder Grundlegenderes für menschliche Gesellschaften als eben die Form ihrer Verfassung. Die Form, in der wir dann Politik miteinander machen, in der wir dann die konkreten Rahmenbedingungen gestalten, unter denen wir unseren Alltag verbringen. Und insofern sind immer wieder Verfassungsgespräche dran, immer wieder Reformen an der Verfassung selbst, weil wir solange wir diese Rahmenbedingungen stabil halten, können sich ganz viele Dinge gar nicht ändern, weil sie sozusagen limitieren, was Politik überhaupt kann und was Politik nicht kann. Und derzeit kann unsere Politik ganz, ganz viel nicht, was sie aber eigentlich können sollte. Und das bedeutet längst, es sind dringend Verfassungsreformen dran, natürlich demokratisierende Verfassungsreformen. Also in Richtung eines noch, wie soll man sagen, politisch egalitärer Werdens, in Richtung eines politisch noch, wie soll man sagen, stärker Zusammenkommens und tatsächlich eines freundlicher und respektvoller Werdens. Demokratie bewirkt ganz viel gleichzeitig und unter anderem bewirkt sie nicht nur durch ihre Setzung der Gleichrangigkeit, dass eben wir besser zusammenkommen können, sondern es bewirkt dann eben auch konkret, dass wir einander besser verstehen, dass wir ein tieferes Verständnis füreinander und damit tatsächlich für die Gesellschaft selbst entwickeln. Und das können eben nur die Rahmenbedingungen und ich denke, dass ein eher aristotelischer Zugang zur Gesellschaft, ein eher eben von Aristoteles Hegel vielleicht auch Luhmann kommendes Denken her, das leichter begreifen kann als ein atomistischer Zugang, der immer den Fokus haben wird, den Einzelnen verändern zu wollen, auf den Einzelnen einwirken zu wollen, ohne zu verstehen, dass es sozusagen Rahmenbedingungen gibt, in denen die Wechselwirkungen, die wir aufeinander haben, sofort sich schlagartig verändern. Das ist keine allmähliche Veränderung, das ist eine schlagartige Veränderung, sowas gibt es halt auch. Und das tun wir, indem wir Verfassungen ändern, indem wir Gesetze ändern. Auf verschiedenen Ebenen, wie gesagt, das ist ein dreistufiges Denken. Einmal unser privater Alltag, darüber die Gesetze und darüber nochmal unsere Verfassungen. In den Verfassungen regeln wir, wie wir die Gesetze machen, in den Gesetzen regeln wir, welche Rahmenbedingungen unser Alltag hat. Und naja, wenn man halt in bestimmten Situationen ist, dann helfen nur noch Verfassungsreformen und nichts sonst. Also auch die mittlere Ebene, die der Tagespolitik und Alltagspolitik ist dann nicht die richtige Ebene, bestimmte Probleme zu adressieren. In manchen Situationen brauchen wir einfach Verfassungsreformen und wir sind ganz eindeutig in einer solchen Situation, in der wir tatsächlich sehr, sehr grundlegend uns nochmal die Formen anschauen müssen, in denen wir Politik zu machen versuchen, weil sie einfach derzeit nicht funktionieren, ganz nüchtern anerkannt. Ohne Vorwurf an irgendwen, es geht nicht gegen irgendeine Gruppe oder gegen bestimmte Menschen, es geht um die Formen, um die Institutionen. Und die können wir eben besser und schlechter machen und sie werden auch immer wieder reformbedürftig sein. Und derzeit sind sie ganz offensichtlich massiv reformbedürftig. Also das ist ein freundlicher, hilfloser Appell an den Einzelnen, sich für Verfassungsreformen stark zu machen. Und natürlich in einem verträglichen Weg und natürlich stehen dafür auch wieder Verfahren zur Verfügung. Ja, sonst würde ich so nicht reden. Die Verfahren, in denen wir das eben gut tun können, sind geloste Bürgerversammlungen. Die sind so gut gebaut, verfahrenstechnisch, dass sie diese große Last der Frage, wie soll denn unsere Verfassung sein, gut tragen, gut verhandeln, gut regeln können. Alle miteinander in absolut gesetzter Gleichwertigkeit, das heißt in einem durch und durch demokratischen Prozess, in dem niemand benachteiligt wird, in dem niemand über den Tisch gezogen wird, in dem niemand vergessen wird oder übergangen wird, sondern in dem wir tatsächlich alle zusammenkommen und gemeinsam die Dinge regeln, die uns alle angehen. Und pathetisch gesprochen die res publica, die öffentlichen Angelegenheiten, vielleicht eher die politischen Angelegenheiten. Das, was die Polis-Gemeinschaft angeht und ich plädiere stark dafür, dass wir uns tatsächlich dauerhaft zu einer Polis machen, unter modernen Bedingungen, aber ich sag mal so ganz freundlich, ein Staat ist nicht genug, was wir brauchen ist eine Polis. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam, im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie gelost werden muss.